Ich bin mit meiner Mutter in Deutschland gekommen und mit meiner Brüder. Bei Deutschland gut, bei Mazedonien nicht gut. Vielleicht in anderen Ländern muss man den Teller auch so rüberschieben. Woher soll er wissen, dass er den Teller nicht rüberschieben darf? Ja. Er sagt mir, dass ich mich nicht mehr so rüberschieben darf. Aber ich will nicht mehr so rüberschieben. Ich will nicht mehr so rüberschieben. Guten Tag. Ich bin mit einem eigenen Wohnung in Hamburg. Und ich habe eine Bosch-Familie. Ihr wisst ja, nach Deutschland kommen im Moment ganz viele Flüchtlinge. Und nicht alle dürfen hier bleiben. Die Mama hat mir erzählt von Jana, dass sie zurück müssen. Und dass sie das aber natürlich nicht so gerne wollen. Und dass sie sich jetzt im Moment verstecken. Die kommen immer jeden Tag. Die kommen immer wo ist, die liegt so. Ich habe mich schon gesehen, dass ich einen Rekmusik-Leute gesehen habe. Ich habe mich noch nicht gesehen. Ich habe mich noch nicht gesehen. Ich habe mich noch nicht gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020